Remarketing bzw. Retargeting. Sind das nur zwei neue Modewörter oder etwas, das wirklich funktioniert? Schauen wir doch mal. Stellen Sie sich einen potenziellen Kunden vor, der Ihren Online-Shop durchstöbert. Leider wird die Mehrzahl dieser Besucher nicht zum Kunden. Sie verlassen Ihre Seite, bevor Sie zur Kasse gehen. Und zwar aus Gründen wie, der Kunde ist zum ersten Mal auf Ihrer Seite und vertraut Ihnen noch nicht ganz, er wird abgelenkt und schließt den Kauf dadurch nicht ab, er findet nicht das, wonach er sucht. Oder vielleicht entscheidet er sich, seine Sachen später zu kaufen und vergisst, dass es Ihre Seite überhaupt gibt. Hier kommt Remarketing ins Spiel. Dank Cookies, nicht diese, sondern diese, werden alle Informationen auf den Geräten des Kunden gespeichert, wenn er irgendeine Ihrer Produktseiten besucht. Also auf seinem Computer, Tablet, Smartphone, eigentlich egal. Später können Werbesysteme diese Infos wieder hervorholen, selbst wenn der potenzielle Kunde schon auf einer völlig anderen Seite ist. Egal, ob er am nächsten Tag das Internet durchsucht, diverse Seiten durchliest, in sozialen Netzwerken stöbert oder sich Videos ansieht, Sie können ihn jetzt mit extrem zielgerichteter Werbung erreichen. Wie? Suchen Sie immer noch nach diesem Smartphone? Oder Sie waren an diesem blauen Regenschirm interessiert, wie wäre es mit diesem gelben? Der Zweck des Ganzen ist, ihm Ihren Onlineshop wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass er seinen Kauf dort abschließt. Erkennen Sie das Potenzial? Diese Kampagnen sind sehr erfolgreich, denn Sie wissen mit Ihnen genau, welchem Kunden Sie welches Angebot unterbreiten müssen. Sie können auch alternative Produkte anbieten. Als Nebenwirkung wird Ihre Glaubwürdigkeit auch noch steigen. Das einzige Problem ist, dass es sehr kompliziert sein kann, eine Remarketing-Kampagne einzurichten. Die ganzen verschiedenen Marketingplattformen, die Cookies einstellen, Zeitplanung, Budgetierung, warum also überlassen Sie die schwierigen Dinge nicht einfach uns? Wir würden Ihnen gerne die schwere Arbeit abnehmen und Ihnen eine auf Ihr Geschäft zugeschnittene Kampagne ausarbeiten. Kontaktieren Sie uns noch heute, lehnen Sie sich zurück und sehen Sie Ihren Verkäufen beim Wachsen zu.